Du bist gut, wenn du etwas leistest, bist du gut und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch, einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein, weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr. Die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach, weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinem Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach, weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach, weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach, weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb willst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr. Die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus, weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach, weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein, weil du das so willst. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus, weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr. Die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Du bist gut. Wenn du etwas leistest, bist du gut. Und wenn du nichts leistest, bist du auch gut. Du bist ein wunderbarer Mensch. Einfach weil du du bist. Und du triffst nun eine Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, den Weg der Heilung zu gehen. Du übernimmst die volle Verantwortung für deine Heilung. Und deshalb wirst du auch geheilt sein. Weil du das so willst. Alle Entzündungen in deinem Körper heilen jetzt vollkommen ab. Dein Immunsystem kommt ins Gleichgewicht. Und dein Nervensystem arbeitet daran, alle Vernetzungen wiederherzustellen. Dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Er repariert alle beschädigten Teile deines Nervensystems. Du gewinnst nun mit jedem Tag mehr die Kontrolle über deinen Körper zurück. Du hast deine Bewegungsabläufe voll im Griff. Deine inneren Organe funktionieren optimal. Deine Augen arbeiten zuverlässig. Du hast die totale Kontrolle über deine Reflexe. Du hast die totale Kontrolle über deine Blase. Deine Nerven übermitteln alles in korrekter Weise an dein Gehirn. Und dein Gehirn übermittelt alles in korrekter Weise an deine Nerven. All diese Aufträge führt dein Körper zuverlässig und wirkungsvoll aus. Weil du das so willst. Du bist strahlende Lebenskraft voller Energie. Im Einklang mit dem Fluss des Lebens. Und du lebst nun in Selbstverantwortung und in Dankbarkeit. Du bist der Meister deines Lebens. Und du bist der Meister des Lebens mit dabei. Untertitelung des ZDF, 2020